hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel fisch in cash flash fisch in clash an der simulator spiel 3d stadt war mal ich habe es hier schon gestartet aber es passiert da nichts also was anderes da ich ja den dingens habe ich würde jetzt aber hier auf mischen gehen und lange wieder dorflebenküste runter und dann spüren wir das gleich bis gleich ok jetzt habe ich die dorflebenküste runtergeraden ich werde starten ich habe es auch schon soweit eingestellt vollbild einschalten und zack 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 mein account habe ich auch schon gesucht gefunden da sind wir mal was kaufen nein wir wollen nichts kaufen was ist das ok also wenn alle blumen einmal alle blumen wenn alle blütenblätter gold sind dann bekomme ich das ok hafen mit level 22 dauert ja ganz schön lange noch der hund ist gerade wieder on tour bestimmt weil ich die nächste messen gegeben habe da eine quest abholen abholen teilen keine lust zum teil kirche die brauche ich immer noch heute ich habe eine kuh gehört jetzt kaufen nein wir wollen nichts kaufen fortschritt produktion 15 käse dann müssen wir erstmal schauen was brauche ich für einen käseburger verkaufen verkaufen ok da brauche ich die saftmaschine käseburger dann müssen wir in der küche erstmal die küche ist doch hier wo ist denn der käseburger wo ist er ich glaube ich bin schon dran vorbei weil hier steht ja schon level 16 dann habe ich den noch gar nicht ich freue mich hier Oh, danke schön, Schatzi Mausi. Ne, ich finde keinen Käseburger. Gibt's doch nicht. Der Käseburger ist weg. Was mache ich jetzt? Wir sind einfach gleich noch nicht. Wir sind jetzt noch ein bisschen. Weil ich jetzt noch nicht mehr so gut wäre. Wenn ich nicht mehr so gut wäre, oder? Ja. Hmm, gucken, gucken, nix da, ja, Geräte, eine Bürgermaschine, die brauch ich, glaub ich, wo kann ich die hinstellen, wo kann ich die hinstellen, na, ok, machen wir hier, ok, ich brauche, ein Bürgerschornstein, und zehn, Bürgerrohr, Bürgerrohr, Bürgerschornstein, kriegt man die Sachen her, ach, Mensch, wo kriegt man die Sachen her, hmm, gehen wir mal wieder hier zum Supermarkt, Geräte, ich hab noch die Saftmaschine, die ich auch noch heile machen muss, und jetzt auch noch so eine Bürgermaschine, erst mal kostet teures Geld, und dann ist noch nicht mal heile, Oh, hmm, hmm, Hm. Warte, mein, ist auch wöchentlich, waren wir noch nicht. So, 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 so. Ah, Materialien, hier. Keine Materialien da. Was war denn diese Scheiße? So, I missed. So, 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 so. Ah. Kann ich den nicht auch rüberstellen? Nein. Finde ich das aber doof. Also, ich hab auch hier das Gefühl, dass man hier wirklich Geld kaufen muss, damit man hier weiterkommt. Erstens hier muss ich das eine kaufen. Äh, nicht hier. Äh, warte, hier war es. Getriebe. Zwei Schrauben habe ich ja jetzt schon. Aber wie komme ich an die Getriebe ran? Mal wäre es ja... Bei Geräten, Material... Ah. Ah. ... ... ... ... ... ... Es ist kein Haustier zu Hause. Oh, siehst du auch ein Einsammer? Ach so. Und es ist noch ein Haustier zu Hause. Also eigentlich brauche ich immer nur das Lila, ne? Okay. Schade, ganz bisschen zu tief. Einmal dafür noch. Einmal dafür. 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 Komm, wir schicken die Apfel wieder weg. Sozusagen denke ich mal Geld habe ich genug, aber ich komme nicht weiter. Verbessere Landschaftspunkte auf 35. Was gibt denn hier Landschaftspunkte? Das hier. Ich habe 22, ich brauche 35. Ich verstehe das Spiel nicht. Alles abbrennt. Noch mehr nur. Einmal gratis drehen, ok, überspringen, und hier kann ich drehen, dann Ok, abholen, also Landschaftspunkte muss ich noch verbessern, hier muss ich Käseburger produzieren, Ah, das kann ich noch machen, hafersäcke, so, äh, 12, 15, ich brauche noch 4 Stück hafersäcke, hafersäcke, ok, dauert nur paar Sekunden, gut, dann kommt damit weiter, meine Güte, Oh, was ich geboren? Oh, was ich geboren? Level 18 Ab Stufe 10 kann man schon die Erweiterung kaufen. Aber ich glaube als erstes müsste ich den hier kaufen. Zwei Stück brauche ich davon. Und dann müsste ich auch mal mit die Beine hier anfangen. Das sind 16. Oh, schon zwei Säcke da? Ja. Was ist das? Weißwein produziere Weinmaschine. Eine Weinmaschine muss ich auch noch kaufen. Was wollen die denn noch alles haben hier? Die ist doch nicht heile. Warte mal, wir machen den Baumwein nach dahinten. Können wir den jetzt zur kaputten Maschine hochstellen. Okay. Das sind meine beiden kaputte Maschinen. Okay, jetzt habe ich produziert alles. Ach, keiner fehlt noch. Und eine Weinmaschine. Okay. Gebäude. Ah, Weinmaschine. Das ist so schön. Okay. Das ist so schön produzieren. Voll, voll, voll. Okay, jawoll. Die eine Quest ist fertig. Klee produzieren. Milchflaschen produzieren und nicht Gläser. Das ist kein Problem. Klee. Machen wir die Ganze mit Klee vor. Klee. Okay. Soweit ist der Fortschritt jetzt fertig. Dann brauchen wir jetzt nur noch... Ah, das können wir abholen. Das heißt, ich darf jetzt hier wieder spielen. Mit denen hier. Oh. Ich habe doch hier 10. Ich will spielen. Okay. Abbehalten. Komm. Nochmal. Abbehalten. Ah, okay. Jetzt muss ich warten. 20 Tage? Boah. Neue Mitte. Walten. 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 Gut, gut, gut. Haben wir das fertig. Oh. Und hier brauche ich jetzt... Weintraum. Aber nicht die dunklen, sondern die hellen. Die brauche ich. Reichen ja... Honiggläser. Honiggläser. Honiggläser... Was kann ich noch machen? Gurken, kommt mal bei den Gurken, bei den Gurken Ochsen und die brauchen Weizen. Weizen, was mache ich jetzt noch, also Klee für die Beine habe ich, Gurken für die habe ich, Weizen für die. Ich glaube ich brauche noch Roggen. Oder nicht. Bullenkäse. Oh doch, ich brauche wieder Hafer, 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 Hafer. Ah, was mache ich denn hier, da. Nein, nicht das. Mais, Mais könnte ich auch wieder gebrauchen. Mais, genau, Mais, Mais. Die essen keinen Hafer, die essen Mais. So, dann haben wir jetzt alles. Fertig. Roggen. Was war das? Maispürel? Maismehl. Gluten? Nein. Wollen wir nicht. Habe ich schon mal drauf gedrückt. Ich denke das war's für heute. Mein Kopf tut schon wieder weh. Ich müsste auch bisschen Milch produzieren und dann Honig. Und hier müsste ich noch einen Burger kaufen. Warte mal. Käse, Burger produzieren, Burger Maschine, Burger Maschine. Okay. Und hier noch die Saftmaschine. Natürlich. Kauft habe ich sie, muss noch zusammen bauen. Und dafür brauche ich zwei Getriebe. Oh, ich habe 22. Kann ich die nicht umwandeln? Mh. Mh. Lager? Haubeier Gucken ist halt, Klee ist halt Klee, Klee Gut, 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 gut Hier schalten wir schon mal den Wein ein Ah, da Weißwein Hier machen wir Ja, das war Käsche drin Ok, den muss ich noch fertig machen Gut, jetzt wird noch Brot produziert noch die Marmelade fertig gemacht Mach ich hier erstmal Ziege rein, weil ich habe kein Ziegenmilch Hier Reismehl Ok, das war's für heute Ich bin nicht viel weiter gekommen Ich habe nur Ein paar kleine Aufgaben hier gemacht Guck mal, die habe ich fertig Aber die ist für mich noch gesperrt Und deshalb Level 20 Ah, das ist für mich scheiße Ich denke mal, Leute, das Spiel ein bisschen länger spielen ein bisschen mehr spielen können Das Spiel besser als ich Also ich komme mit dem Spiel irgendwie nicht so recht Gut Dann Sicher Sicher Hol ich mir mein Ticket ab Das war ja bestimmt 10 Minuten Und sag Dankeschön für das Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao Ciao